Was wird nur in diesem großen Raum drinne sein? Das erfahren wir jetzt. Ein Display. So Leute, ihr habt gerade gesehen. Das ist ein Display. Das habe ich gestern gebaut. Und das ist eine riesige Redstone-Schaltung. Um nochmal zu zeigen. Mache ich mal da. Eine ziemlich einfache Redstone-Schaltung. Und von 1 bis 5. Für X-Karten. 1,5. Das ist ziemlich einfach. Da hinten sind ein paar Matrix dran. Hier. Damit wir einen Fakkel machen. Und hier sind Knöpfe dran. Das Display ist einstellig. Und kann die Zahlen von 0 bis 9 anzeigen. Und kann von 0 bis 9 zählen. Aber das fängt mit 1 an. Und hier 2. Und die ganzen Zahlen eben. Gucken wir alle mal. Ach, wir machen erstmal alle durch. 1,2,3,3,4. Das habe ich innerhalb von einer Stunde gebaut. Und es ist auch ziemlich einfach zu bauen. 1,2,3,4. Und dann noch die Mal. 1,2,3,4. Und dann noch die Mal. 1,2,3,4. Und jetzt habe ich eine C-Funktion eingebaut. Das geht zwar ein bisschen schneller. Aber man kann es auch mal langsamen. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Display gebaut wird, schreibt es in die Kommentare. Und dann könnt ihr euch ein Wünsch-Titorial machen. Ich kann zu jedem Redstone ein Wünsch-Titorial machen. Und ich sage mal hier bei meinem schönen Display. Tschüss.